90% der Zeit stehe ich halt wirklich gut aus dem Bett auf und freue mich auf die Arbeit, die ich mache. Und das sagt halt schon einiges aus im Endeffekt. Ich arbeite in sehr vielen verschiedenen Projekten, was halt mir wesentlich mehr gibt, als dann wirklich nur 10 Jahre in diesem einen Projekt festzusitzen. Ich arbeite mit sehr vielen interessanten und coolen Menschen zusammen, sehe halt interessante Orte, immer andere Kunden, immer andere Gedanken und das macht die Arbeit auch viel besser und spannender. Also wenn die Hälfte der Zeit nicht weiß, was ihr am nächsten Tag erwartet, ist schon eigentlich ziemlich cool.